So, wir sind jetzt hoffentlich fündig geworden, was den Abfahrtsort der Hafenrundfahrt betrifft. Das war alles ein bisschen verwirrend. Normalerweise orientiert man sich an irgendwelchen Schlangen, die irgendwo stehen, dass man da richtig ist. Aber dem ist ja nicht so. Es gibt auch keine wirklichen Hinweise. Am Ende war es ein Katamaran, der uns hier abgeholt hat. Hat uns ein bisschen verwirrend, aber jetzt sitzt man da drauf. Wir machen ja noch einen Unfall. Ja, und ihr setzt gleich die Segeln. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ob das für den Schiff genug Monitur hat? Ja, ja. Jör ich auf Fall fight b remains. Ja, ich sagte, ich schau war wirklich nicht, dass mein Gehen kann. Änd also ein Hammer in den Fans! Ja, ja. Ja, 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 ja . Ja, ja. Ja, jumping här ins printers um Staat, Das war's für heute. Das war's für heute. Hier, 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 hier. Bis zum nächsten Mal. Oh nein, wir sind in Australien. Wenn sie etwas closer sind. Wenn sie etwas closer sind. Dann wird es umgekehrt. Ja. Cool. Ja, ich bin für Leben.